So, da bin ich nochmal zurück mit einem kleinen Info-Video, beziehungsweise eine kleine Erinnerung an die alten Hasen unter euch. Denkt dran, alle die V-Bucks bekommen in Rette die Welt, lockt euch jeden Tag ein. Denn ihr seht es schon wieder, ich bekomme heute schon wieder 300 V-Bucks, nur da ich mich heute ganz gemütlich mit drei Klicks in Rette die Welt eingeloggt habe. Also denkt dran, holt euch jeden Tag eure V-Bucks ab, sei es halt wie gesagt durchs Einloggen oder durch die Aufträge täglicher Aufgaben. Ihr seht schon wieder mal gerade eine 100 V-Bucks Aufgabe, also man kann sich nicht beschweren. Die Hüllen, ja das ist klar, Scharfschützengewehr, aber ihr seht ja nur allein heute 450 V-Bucks kann man sich mitnehmen. Also beschweren kann man sich da eher weniger. Ja gut, das hier ist jetzt Glück, dass ich wirklich nochmal eine 100 V-Bucks Aufgabe bekomme. Aber denkt dran, holt euch die V-Bucks mit und so habt ihr natürlich auch wie ich bald wieder über 10.000 V-Bucks. Und in dem Sinne euch auf jeden Fall noch viel Spaß beim Zocken. Vergesst nicht ein Like da zu lassen, ein Abo da zu lassen und in dem Sinne haut rein.